jo was geht ab ich treffe mich jetzt mit senat und auf dem weg zu ihm obwohl ich gerade jetzt also werde ich auf dem weg zu ihm gehe ich zu emre meinen kleinen cousin kennt ihr ja schon vielleicht ein paar games und zwar werde ich jetzt abholen erst natürlich emre dann den senat und dann gibt es natürlich ein game was wir schon lange eigentlich geplant hatten einen 1 gegen 1 game wird auf jeden fall hundertprozentig diesmal ich hoffe es drin sein es sei denn klar natürlich beim aufwerben knickt man irgendwo oder sonst arbeiten das ist echt fünfze zuvor es überhaupt geben würde das kann eigentlich nicht sein kann also es kann sein ich hoffe es passiert nicht weil es gab immer irgendwie was kleines dazwischen letztens waren wir in stuttgart habe ich aufgenommen auch davor schon auch mal weit aus der ganzen aufnahmen schon wo ich youtube angefangen habe auch mal so miteinander getroffen gehabt 1 gegen 1 games kam irgendwie nie richtig zustande ja jetzt bin ich auf dem weg zu ihm werde ich auf jeden fall hat er hat mich ja eigentlich herausgefordert wird auf jeden fall angenommen ein diesen typen auf den habe ich schon lange gewartet 1 gegen 1 klar der typ der hat natürlich vorteil er hat sein gewicht habe ich jetzt schon bevor ich gegen den spiele sage ich euch jetzt schon dieser typ wird auf jeden fall posten er wird auf jeden fall den post gehen das ist natürlich auch das klügste was man machen kann gegen mich weil erstens mein defense in der verteidigung bin ich so etwas von schlecht aber richtig schlecht ein zweimal stil ja okay das ist jetzt geht aber meine verteidigung ist so schlecht aber so dermaßen schlecht jetzt geht es auf jeden fall zum senat und erst mal er wieder abholen hey da ist der bengel jetzt erstmal abgeholt und jetzt geht es zum senat hier mein center habt ihr gesehen senat der jugoslawische scharrokan der wird immer reinkommen abgeholt und jetzt geht es zum game der typisch fit der kam auch von von der arbeit ich auch er schaut extra weg jetzt guckt er rein er erwischt aber da er war ein auto aber ja ab und jetzt sage ich schon mal tschüss punkt wir sehen uns punkt auf dem feldpunkt jo was geht ab leute hier jetzt mit emre und senat eine runde horse zum zum aufwerben nee aber du kommst du bist der jüngste hier fang an und jetzt fahrer schacken heide heide ich wollte sein dann gehen solche bälle nicht rein den nach vorne und ich? ja ja hast du wohl gesagt ich fange jetzt mit sich äh ne obwohl lass mich machen jetzt ist dein heimtaus alter der war nice alter der war nice der war nice der war hart so gut aber dann mach er sich wieder ein bisschen sehen g b gay mach er kopchar jap sol ger ja nein nein ja so und dann rein die hat verstehen andere style oje 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 oer ich halt mal gezählt ja du hast ever das machst du im zum leg Das mach ich im Spiel, überleg mal. Ich hab' die Füße. Nimm mal weg von der Kamera, weißt du, was man trägt? Das ist der Radar-Dinne. Ja, ich hab' den Schrauben mal beide Hosen an. Ne, ich hab' den Kabel. Nein, Mann, wieder rein! Scheiße. Sorry. Ey, der Video. Man sagt auch mal, ey, Junge. Man macht immer Götter aus. Mach mal dazu. Ruhig. Wir haben gesehen nicht. Wir haben gesehen schlecht gemacht. Wir haben gesehen schlecht gemacht. Mach hoch, mach hoch. Alter, Gott sei Dank. Schade. Gott sei Dank. Der hat den Knie gemacht. Ich muss noch sehen. Ich bin nicht von euch. Hey, nein, nicht der. Nein, man. Nein. Und dann sehen Sie. Das war's ja. Das ist nicht der Sinn. Ich kann keinen Fall. Nichts machen Sie durch. Die Nisten macht Sie mal durch. Die Nisten treten und dann annehmen und rein. Erstmal gegen den Weg. Dann eine Kante auf dem Weg, oder? Ja, schon. Und dann wieder von. Ja, schon. Und dann wieder von. Ich bin nicht mehr. Du bist ja nicht. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Also, die Nisten sind immer noch auf. Aber gut, das ist gut. Ja! Ich hab's mit Hau mal, du Hau! Ja, was war's? Ja, ich hab's mit Hau. Ich hab's mit Hau. Oh Mann, ey. Du hast mal O.L.? F*** ich, F***. Mach mal. Mach mal, mach mal. Ich hab's mit Hau. Mach mal! Die hat nach was? Mach da hoch, was hab ich denn zu sein? Drei wochen, drei, ja. Ja, ich hab's mit Hau. Ja, ich hab's mit Hau. Nee, ich hab's mit Hau. Ich hab's mit Hau. Ich hab's mit Hau. Neul� Ridley Diele Hau. Da bin ich dabei, Alter! Der Giants hat einfach noch hop modli. Es sind sogar 50ização sono gone. Na, warte ja, warte. Luca, die war das? Wie Mal war die Form municipale? Der war ja druck. Ich hab' aber jetzt nichts reingeben. Der Witter geht immer näher jetzt, die..... los ja 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 3 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 11 12 13 Ich bin der fettig. Ich bin der fettig. Nein, mach ich. Gott sei Dank. Jetzt hat jeder mal den Kabel gemacht. Gott sei Dank. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Gott sei Dank. Jetzt hat jeder mal den Kabel gemacht. Komm. Hey, geh doch endlich mal. Ich wusste, er hat zu draußen dran. Ja, der war ja dritt. Ja, der war dritt. Komm, mach da. Wir wollen die Kante anrücken. Wir wollen die Kante anrücken. Richtig geil macht eigentlich. Jetzt hast du mal raufhaken. Wir bleiben da abdicken, ey. Ja, okay, okay. Eine noch. Nein! Ich glaube nicht. Ja. Jetzt ist es schwer. Das ist ein Softer, oder? Das ist ein Softer. Das ist ein Softer. Ja, wir arbeiten bei Tabern. Der ist ein Softer. Ja, wir nehmen das colitt von Kvalorn. H, H... O, R, H... Ja, beide ja. Wir bleiben ja. Die wir Оч kamen die Maschine. Aber ich fait darauf, ob das ist loswerden drin. Ey, stopp, putz raus ey, wo raus ist die Scheiße? Schade, ey. Nicht zu brennen? Ja. Huchzack, die Bremse, die Bremse, die Bremse. Huchzack, ey. Jetzt zeig ich dir den Jugo. Wir haben so ein Spielefest im Amerikanischen. Ich kenn den von dir huckt aus. Der ist Scheiße, ey. Pass auf. Ne, das ist Scheiße, das ist kein Ahmed. Cut. Das ist nicht der, äh, äh, schaunerische. Schauner. Wurstüberschuss. Aber genau so. Hoch springen. Während du hoch springst, dribbeln. Bekack dich auf den Boden. Okay? Pass auf. Jetzt cutt sie raus. Super, super, super. Ich wollte das durchmachen, weil du hast durch. Ich cutt sie raus. Ich muss retten, jetzt kotzt sie den anderen. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich kann dir jetzt sagen, alter, man. Ja, das hab ich ganz normale Kopf hingefunden. Achso. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Alter, Junge, Alter, verletzt man's doch! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß es! Hey, er hat jetzt die meisten Airballs. Hä? Das hab ich geschaut. Ich muss mal jetzt ehrlich sein. Was macht er los? Nee, nee, geht alle zwei, egal was. Ich bin sogar ehrlich. Das ist mein Ding. Ich bin später in der Richtung. Bevor er ist dein Ding? Ich schau dich hin, dann füllte du ihn nach hinten und in die Richtung. Da hab ich nicht dran. Ich bin jetzt nicht immer verdreht. Das sind meine Dinger, die machen's nie. Das ist fertig. Das sind die Hände. Ich dachte, dass du selber kippst. Denkst du nicht. Ja, der ist zurück. Ja verloren leider. Fallon. Fallobst ist runtergefallen, in der bin ich gefallen. Der ist noch dran. Was soll man sagen? Der ist stark, der ist schon gut. Und wenn euch mein Video natürlich gefallen hat, abonnieren, liken. Er abonniert, er auch, natürlich. Liken und arbeite, ich auch. Vielen Dank.